so jetzt wollte ich euch noch mal hier bei der version 10 early access euch zeigen was es da alles so gibt jetzt hier deutsch alles in deutsch tatsächlich also komplette versions info hier tatsächlich in deutsch und ja wichtigste ist tatsächlich cup hat in tesla edition ein neues spiel guck mal nachher kurz rein also ich glaube so ein spiel brauche jetzt nicht habe schon gesagt das schach war super ich würde es noch gerne so mühle damen und sowas und irgendwie mensch ärgere dich nicht oder so haben noch mal so action spiele habe ich jetzt weil ich als nicht also ich glaube der beweis nur dafür dass das auto das kann dann da gibt es das karaoke das probieren wir jetzt auch nicht aus also karaoke mit k ist ja bei uns also hier sind deutschland auch nicht so tolles thema aber dieses cool ist es sicher schon ich weiß auch nicht ne guck mal weiter die fahrdarstellung das haben wir hier drüben schon gezeigt das kann ich glaube ich auch zeigen wenn ich das hier wieder einschalte aber das machen wir mal spurwechsel assistent ihr könnt euch das da in den fahrvideos angucken wir habe schon zwei fahrvideos aufgenommen mit der version 10 da kann man das angucken wie man da dran rum spielen kann und auch die schöne spur wechsel anzeige jetzt ist auch ganz toll gemacht um darzustellen was das auto da so erkennt oder was gerade wichtig ist wenn man den spurwechsel ausführt so dass hier können wir gleich auch mal ausprobieren hungrig oder bereit für eine überraschung aha das heißt bei uns hungrig und auf gut glück im original heißt das ja irgendwie hungry und lucky auch nicht schlecht guck mal was da bei uns schon kommt hier in deutschland dann ist die karten app verbessert worden kann man auch mal bei der suche probieren und die dashcam ist verbessert worden ja da werden jetzt mehr kameras verwendet und was auch wohl ist bei dem wächter modus wird jetzt auch erstmal wird es in ein separates verzeichnis gespeichert und auch die hintere kamera jetzt auch verwendet aber hier steht sogar bei der dashcam werden jetzt noch mehr kameras verwendet das ist das führt natürlich auch dazu dass man noch mehr speicher verbraucht also das muss man sich dann mal angucken doch noch eine ganz schöne festplatte dann dranhängen und hier ist auf jeden fall der speicherüberlauf ist jetzt auch abgeschaltet bei fünf giga hört er auf und dann löscht er doch auch die alten einträge ok da muss man natürlich gucken muss man die daten sichern wenn man die wirklich behalten will man mal checken wie man das hinkriegt ob er bei der dashcam ist ja so die gespeicherten sollte nicht überschreiben sonst rolliert es ja schon wie das bei dem wächter modus dann ist muss man sich mal angucken also er schreibt es hier einfach ältere wächter clips werden automatisch gelöscht das heißt ich muss mir die woanders hinsichern und der joe mode gibt es den joe mode zeigen wir auch noch da gibt es ja tatsächlich einen joe der hat gesagt hey es ist zu laut hier im auto wenn ich irgendwas einschalte zeigen wir euch aber gleich und das kann man jetzt ein bisschen dämmen die runter dämpfen die die töne aber nur eine stufe nehmen nämlich den joe mode ein oder ausschaltet das muss man natürlich jedes mal wenn man das in den einstellungen sieht wissen wer dieser joe ist er hat an elon musch scheinbar getwittert hey ist mir zu laut und dann hat elon musch gesagt okay ich werde das mal checken und beheben lassen der software update vorgang soll auch verbessert werden man sollte jetzt eigentlich vorher schon sehen was man da zum installieren bekommt den fortschritt also wenn man dann im auto sitzt ich habe ja schon mal ein video gemacht da saß ich im auto da passieren ja die wildesten sachen dann auf dem bildschirm kriegt man ja richtig angst das soll jetzt wohl besser sein und ich dachte auch dass man vorher sieht wie die release note schon ist das steht hier nicht so richtig aber es könnte sein bluetooth media verbesserung das habe ich noch gar nicht gehört okay da haben sie auch was gemacht da muss man schon ios 13 haben wenn man was machen will album cover und so weiter app launcher verbessert und fahrer profile wird auch irgendwas gemacht müssen wir mal ausprobieren was da jetzt noch ist zusätzlich viele andere einstellungen aha da sollten sie mal eine liste rauslassen müssen wir meinen helfen hält vielleicht mal gucken was da alles gespeichert wird weil es war ja leider ein paar sachen immer über die nicht gespeichert wurden oder nicht fahrerabhängig war mal sehen ob sie da änderungen gemacht haben das ist aber jetzt kann man im rahmen von dem jetzt nicht rauskriegen das ist wahrscheinlich muss man mal echt ausprobieren oder in den held gucken ja gehen wir mal ein bisschen ein paar sachen durch erst mal die wichtigsten der show mode somit so gut mal ausprobiert jomo findet man nämlich hier unter sicherheit habe ich jetzt gelernt und da ist im moment haben wir den show mode aus und wir haben festgestellt wenn wir im drive sind ich gehe mal hier auf bremse drive und jetzt machen wir mal die tür auf da hört ja diese schöne und das ist natürlich viel zu laut und ich kann nämlich jetzt aktivieren sich der ist viel leiser ja leute das ist der show mode von einschalten leider nur eine stufe und hier ist auch noch mal erklärt dass es dazu da ist dass irgendwelche mitfahrer zum beispiel jos kinder nicht genervt werden oder aufwachen gut aber jetzt gucken wir mal der reihe nach durch was glaube ich noch sehr interessant ist ist das tesla theater und das kriegen wir hier über unterhaltung also spiele kiste ist hier das sind die ganze spiele und unterhaltung nennt sich das jetzt und im moment haben sie da drei apps drin nämlich netflix youtube und tesla tutorials tesla tutorials ist jetzt tatsächlich noch mal eine überraschung gewesen dass er die da auch reingemacht haben könnte man doch über den youtube machen aber ist natürlich schon cool interessant ist übrigens dass man hier jetzt dann doch auch auf den spielteilen umschalten kann weil eigentlich ist das ja hier das ist aber dann die andere spiele kiste wieder da kann man hier dann auch drin also es ist irgendwie so ein kann da hin und her schalten okay also irgendwie müssen wir optimieren was jetzt da eigentlich haben wollen gut ich glaube wir gucken mal beim netflix erst rein so hier seht ihr mal netflix ich kenne mich jetzt mit netflix nicht aus keine ahnung da muss man glaube ich ein account haben das ist nicht automatisch dabei beim model 3 ist sowieso das meiste dann irgendwie kostenpflichtig mal gucken ob sie beim s und x dann da irgendwie was haben was sich gewisse sachen dann schon gehen also netflix haben wir hier natürlich jetzt ist problem netflix ist einer von vielen anbietern ist die frage ob sie dann auch irgendwann noch andere anbieter haben und dann kann man zwischen denen wählen ich habe jetzt zum beispiel amazon prime da ist gar nicht die rede davon jetzt hier sagt aber es noch mal interessant ist das sind jetzt tatsächlich separate apps obwohl das irgendwie scheint so zu sein ob die die web ansicht von zum beispiel ipad oder von irgendwas ist die da verwendet wird obwohl man das ja nicht über die browser app aufrufen kann dies natürlich weiterhin gibt da web die gibt es schon also das ist im moment nicht dasselbe sprich ich muss auch hier rein wenn ich youtube will und dann kommt das hier im vollbild modus hier oben gibt es noch gewisse status infos die sind immer verfügbar das ist nämlich hier kann man gleich mal zeigen die helligkeit hier war ich ganz gut gemacht her und die temperaturanzeige vom von der lüftung da unten da kann ja noch dran rum drehen an der lüftung selber nicht und noch hier die lautstärke regeln ok ist auch leider im moment nicht so dass es hier übers rollrad geht also das ist separat voneinander ich mach das ja mal kurz aus und wir suchen mal nach was nämlich nach meinem kanal hier zack und dann kommt er auch genau da kann ich da auch drauf gehen schauen wir mal wie die ansicht aussieht ja man kann sich natürlich auch hier anmelden einloggen ganz normal also das funktioniert alles wunderbar und dann kann man hier tatsächlich im auto irgendwas angucken kommt erstmal wieder werbung das ist natürlich nicht im sinne des erfinders hier grad also werbung kommt auch es ist also nicht wie auf dem auf der anzeige offen gleich geht's los also auf dem fernseher hat man oftmals das so dass da keine werbung kommt hier kommt sie aber ja das auch natürlich wenn jetzt der ton da anwählen wird auch der ton kommen und das funktioniert will ich nicht nicht testen kommt noch andere werbung kann natürlich auch hier scrollen und was nicht alles machen und was kann man hier noch haben auch so klein man also es funktioniert schon so wie die app auch funktioniert wenn man die irgendwo laufen hat ist also echt interessant gut das ist natürlich eine super sache jetzt hier vor allem für uns youtuber dass man im tesla dann auch tatsächlich in der ladepause was angucken kann ja muss man auch ganz deutlich sagen in dem access programm jetzt hier early access programm geht das über das eingebaute system sonst muss man ein wlan haben also hier kann man es auch über den die die sim karten verbindung jetzt von tesla selber kriegen normal hieß es immer es wird nur über das wlan gehen da muss man sich halt ein hotspot machen mit dem handy oder wenn dann an den superchargern wlan verfügbar ist sollte es auch darüber gehen da kommt ja gerade die diskussion wie der abrechnung dann davon ist also das ist mal hier youtube gewesen sieht gut aus coole sache und muss immer hier oben wieder zurückklicken und tutorials kann man mal kurz rein gucken das ist sicher auch sehr schön jetzt wenn vor allem neue kunden da sind und nicht wissen wie kriege ich das auto auf dann gucke ich halt hier mir das entsprechende video an und wäre natürlich super sound ist auch dabei wäre natürlich super wenn jetzt so neue features dann auch ziemlich schnell irgendwie hier auch ein entsprechendes video hätten dass die sachen auch erklärt werden dass wir natürlich auch cool das sind jetzt die die wir schon alle kennen aber auf jeden fall wird natürlich dazu mal gucken ob das irgendwie dann auch mal mit der richtigen hilfe dann zusammenläuft das wäre natürlich auch schön also ich bin dann in der hilfe und kann dann hier sagen jetzt zeigt mir hier noch das video dazu ja das ist der kinomodus heißt es hier theater heißt bei uns natürlich jetzt kino in deutsch beziehungsweise unterhaltung hier drüben also coole sache ja heute noch mal in der navigation kippenau was angucken navigation da soll man auch wenn man jetzt hier irgendwas eingeht hannover gebe ich mal ein da ist jetzt neu dass er die entfernung hier sofort anzeigt hannover ist 418 kilometer weg das kann auch gleich sein ist doch viel mehr na gut es ist luftlinie das ist natürlich jetzt nicht so toll leute ja ich bin gerade hier irritiert hannover ist doch nie im leben 418 kilometer weg wir lassen mal kurz denn hier durchlaufen da ist glaube ich nichts verändert worden hier das ist noch so wie vorher weil denkt man nämlich immer da ist doch schon bekannte andere youtuber darauf reingefallen super charger ist nur 100 kilometer weg frei mal hin in wirklichkeit der sinne ist nämlich hier 594 kilometer wenn man wirklich die straße fährt okay aber das nummer so nebenbei also okay das ist jetzt hier scheinbar eine verbesserung gewesen hannover ist 418 kilometer weg okay ja gut das sollte neu sein und wir haben es gerade schon gesehen hier navigieren ich bin hungrig zack das nächste café ist das back café was ich gar nicht kenne in göppingen ja okay das ist jetzt interessant wo man hier abbrechen weil das ist definitiv auch nicht gerade um die ecke aber immerhin also wir haben hier im ort auch cafés also jetzt ist natürlich immer die frage wie man den eintrag dahin kriegt also dass man hier dann gefunden wird das ist also jeder anbieter von irgendeinen muss sich natürlich jetzt hier melden also der chemiker der am ort ist auch nicht hier drin jetzt ist es also schon seltsam der ist nicht in kirche bis es ja viel kürzer also die sind total dabei und haben sich hier schon gemeldet so dass sie hier jetzt kommen interessant gut glück da müssen wir ins kunstmuseum nach stuttgart okay ja also funktioniert die sinnhaftigkeit ist natürlich müssen die frage es funktioniert so ja gut da muss man definitiv an der datenbasis noch mal arbeiten gut das war die funktion infos und so weiter genau man sieht auch hier schon die schönen neuen infos dazu falls es infos gibt das ist auch gut gemacht und kann direkt anrufen sogar oder ins internet auf die seite und so aber das ist auch nicht schlecht gemacht ja was haben wir noch die anzeige habe ich eigentlich schon mal gezeigt hier vom auto hier im drive modus ist aber zeigt sogar was neben uns stehen fahrzeuge das ist jetzt neu leider ist es für das für das parken jetzt nicht so gedacht aber wenn was um einen rum ist sieht er das sogar da steht übrigens mein model x das sieht er nicht und das wollte ich jetzt auch nicht kann hier so schön das irgendwie rumsoomen sogar da sieht man mal wie schön die sachen eigentlich gerendert werden hinter uns steht auch was ist auch nicht schlecht gut coole sache parken kann ich das allerdings nicht da bleibt es auch schön haben wir irgendwas vergessen was jetzt wirklich wichtig war wir müssen unbedingt noch die cupheads angucken wo ist jetzt der karaoke der karaoke ist in der musiker den kannst du auch während dem fahren nehmen während des fahren kann ich singen ok die texte werden glaube ich während dem fahren dann nicht angezeigt ja ja das habe ich auch gehört dass man nicht mitsingen kann dann man kann schon mitsingen wenn man den text auswendig kann also hier würde jetzt irgendwie mal kommen irgendwann kommt jetzt da und ich schalte die mal stumm und dann müsste ja trotzdem der text kommen ja kommt auch der text und dann soll man jetzt natürlich hier eigentlich mitsingen dann genau das darfst du nicht acht sekunden zeigen bevor ja ja acht sekunden auf youtube zeigen aber ich mache es lieber nicht und also dass das jetzt dieses text ding und das kann man eben nur anschalten wenn man parkt oder fährt soll ich mal gucken hier mach es nochmal an so jetzt läuft es und wenn ich jetzt einschalte dann wird er nicht mehr genau jetzt muss man es also das funktioniert okay cool ja also wer auf karaoke steht der kann das hier machen müssen wir glaube ich nicht näher darauf eingehen ich habe jetzt noch nie was mit karaoke gemacht soll ja da soll man ja total drin aufgehen können und auch ein duett soll auch gehen wenn es hinterlegt ist so mit zwei stimmen oder so was soll alles gehen kein karaoke experte ich würde lieber noch mal das spiel sehen wenn überhaupt hier also spiele muss ich aber erst in die spiele kiste und dann kommt recht das okay und hier haben wir aber jetzt die anderen sind noch gleich und das ein update okay und dann gibt es dir den cuphead tut er macht da was der will ein update dann wieder kann er gar nicht mehr weil so ohne update lief es schon mal ja also cuphead kriegen wir gerade nicht hin hier es lädt zwar aber es dauert eine weile und so lange können wir wahrscheinlich nicht warten und ja und normalerweise steht da so ein spieleknopf da unten und dann geht es und da hat sich jetzt auch nichts geändert bei den sachen hier die sind so wie vorher und werden wahrscheinlich auch sukzessive erweitert und weitere sinnvolle spiele also die anderen hier die haben ja alle nicht so gut gefallen das erste was mir wirklich gefallen hat ist eigentlich hier oben also schach auf jeden fall und der beach bargeber auch ganz cool obwohl ich konnte nicht richtig bedienen und keine ahnung warum sie das jetzt machen mussten ja da werden sicher noch mehr kommen und ich wie gesagt ich habe noch eher so strategie spiele würde ich jetzt noch mal nehmen hier ist übrigens auch super habe ich aber schon mal gesagt dass der hält auch den spielstand so dass man dann von super chargers und super charger kann man dann weiter spielen eigentlich ganz nett gemacht da gibt es übrigens auch keine profile hier da spielt man immer mit dem selben profil das ist auch ein bisschen doof für die kinder eigentlich eins haben und die eltern wollen was anders haben naja egal gut ja super jetzt sind wir hier so irgendwie durch und große frage ist eigentlich wie kommt man eigentlich in dieses early access programm hier in deutschland ich habe einfach eine mail von tesla bekommen ich habe das nicht initiiert und plötzlich dann habe ich da dreimal drauf geklickt und dann war ich drin ja da war dann ein link oder was was hast du da da war ein link und da konnte ich mich mit meinem tesla account anmelden und minuten später habe ich eine e mail gekriegt dass die software in den nächsten paar stunden auf dem fahrzeug bereitsteht ja und dann hast du einfach gehabt dann warst du aber es waren schon so sachen auch drin du sollst da irgendwelche screenshots schicken oder rückmeldungen geben oder was ist da so die abmachung in anführungszeichen das kam in einer separaten mail dann später das feedback erwünscht ist und eine kleine erklärung wie ich sozusagen screenshots machen kann genau du hast gesagt wenn man hier länger drauf drückt so ungefähr drei bis vier sekunden sind es glaube ich gibt ja dann ja gibt feedback vielen dank für ihr feedback alles sogar in deutsch das ist auch so irritierend für mich hätte jetzt auch gedacht dass das alles in englisch dann kommt und du sogar vielleicht ein ganzes auto auf englisch haben musst aber sie haben das wohl tatsächlich auch jetzt richtig für deutschland hier ausgerollt um zu checken ist das so weil das wäre ja auch jetzt wenn ich jetzt das hätte würde ich auch mal gucken ist überall auch alles übersetzt ist es auch überhaupt oder sind da so lücken oder sowas ich könnte bisher keine finden hast du irgendwas denn zurück gemeldet gemeldet bisher so aktiv ich habe noch nicht zurück gemeldet es gibt so eine stelle in der navigation bei der es allerdings auch sein könnte dass ich ihn in diesen ja in diesen bezahl in diesen mode bug eingeschlittert bin das müsste ich noch mal austesten und wenn sich herausstellen sollte dass das nicht der fall ist dann aber schon sehr und diese screenshots die man hier macht die landen auf dem usb stick das wäre natürlich schön wenn das immer gehen würde und die musst du dann auch irgendwie aktiv an tesla schicken also ich denke das kann man einfach der mail anhängen und ich bin mir auch nicht sicher ob die screenshots in der normalen version deaktiviert sind weil ich habe sozusagen die information wie man diesen screenshot macht ja erst seitdem ich diese early access version installiert habe also probiert mal ob ihr das auch hinkriegt genau sind die dann auf dem stick einfach in einem root oder wo landen die haben die auch einen speziellen verzeichnis das kann ich jetzt gerade gar nicht okay checkt man noch mal vielleicht kriegen das noch raus aber ist auf jeden fall eine tolle sache weil ich mache ja oft hier fotos vom bildschirm so mühevoll das wäre natürlich schon cool wenn das auch so gehen würde und gerade auch wenn man fehler sieht oder fehlermeldungen hat oder sowas dass man das weiter schicken kann sonst muss man das im moment ja über sprachnachricht machen da kann man aber soweit ich weiß kein bild anhängen schön und seit wann hast du jetzt diesen zugang hier zu der 10er version seit ungefähr zehn tagen denke ich so ganz genau weiß ich es gar nicht mehr naja und ist das irgendwie limitiert hast du deine meldung wie lange das programm läuft hat tesla zu keine aussage getätigt also ich nehme an dass es läuft bis sozusagen die final für die öffentlichkeit da ist und dann denke ich werde ich werde ich auch wieder auf die mainstream version umsteigen genau du hast jetzt ein update bekommen das war sogar ein zwangsupdate sozusagen also es wurde dann automatisch installiert hat aber jetzt hier keine andere versions info da drin beinhaltet keine neuen features nein hier nennen sie es auch 10.0 gut dann sage ich auf jeden fall mal vielen dank an dich dass du dich gemeldet hast und mir die möglichkeit gegeben hast jetzt haben wir ja drei videos auf jeden fall gemacht mit den tollen features hier die uns erwarten in der version 10 und dann schauen wir mal wie das weitergeht ja das ist schreck 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 ja das ist schreck